die solche der urlaub und andere erkenntnisse ich habe euch ja schon im letzten video im prinzip gespoilert dass ich im urlaub war und ich finde ein paar sachen wenn man so in urlaub fährt jetzt vor allem zu solchen zeiten also nicht solchen sondern solchen zeiten dann erlebt man ja manchmal dinge die einen irgendwie überraschen ich rede jetzt mal gar nicht von dingen die schon fast normal dass flugpreise irgendetwas sind die er mit einer random funktion als mit einer deterministik irgendwie vergleichbar wären und dieses ausbaldoren von passenden preisen eigentlich man jetzt entweder zu einer endlosen wissenschaft machen kann oder wenn man relativ kurzfristig beschließt so jetzt haben wir die schnauze voll es ist jetzt genug mit solche jetzt ab in urlaub dann einfach go und fertig und dann ist es noch nicht mal der schlechteste preis okay das auto vermietungspreise dann sich plötzlich verdoppelt haben gegenüber wenn man denselben ort ja teneriffe habe ich schon mal erzählt immer nimmt und immer dieselben konditionen eigentlich auch kennt dass das dass die sie verdoppelt haben das ist dann auch schon wieder fast expected behavior weil nach gerüchten geht es ja so jungen kunden damit rechnen dass die urlauber wieder kommen und dann war halt vielleicht auch weniger da im vorhinein gut natürlich hat man und ich weiß jetzt schon was es für kommentare gibt schaut natürlich dass man dieses ganze impferei gedöhnt und so weiter und diese ganzen blauen haken die man so braucht dass man das dabei hat und dann geht es auch ab in den urlaub ne scheiß auf co2 ab in urlaub gut so weit so schön warum kommst du am flughafen mann ab ist alle rechtzeitig war man denkt sich immer weiß ja nicht was da passiert alles jetzt ist ja alles anders als sonst vorher haben wir natürlich ein web check in gemacht web check in deshalb das wisst ihr vielleicht nicht das ist dieser vorgang wo ihr der fluggesellschaft arbeit abnimmt und bei manchen dann vielleicht sogar noch extra dafür bezahlen dürfte weiß in dem fall nicht so aber man macht diesen ganzen spaß halt durch und dann kommt bei diesem web check in auch zwischendurch mal du weißt aber schon dass die spanier die habe noch einen eigenen check in den ich nenne ihn jetzt mal spanischen gesundheits check in dann okay passt schon mach mal gestern auf den link trex ein so im prinzip bestätigt damit ich bin der führer dieser reise ich weiß was ich tue wir sind alle gesund wir sind immer gesund ja wir waren auch schon immer gesund und ja wir haben ein zertifikat da kann man ja sogar sein impf zertifikat hochladen kommt dann ich habe bis heute nicht verstanden wie das gehen sollte weiter geht das kann man zwar irgendwie aber ich wusste habs der kraft wie und dann wollte ich den einfach das netz richtig body sind sich die super ich kann den wahrscheinlich jetzt einfach ein screenshot des qr codes da reinschmeißen konnte ich auch jetzt aber nicht kraft was für ein mist und dann habe ich erst erkannt dass ich auch sagen kann nein ich gebe euch kein qr-code aber ich sage einfach passt schon da konnte man dann einschreiben ja ich bin fertig und auch alle andere mitfahren ja wir sind auch passt schon das war es dann und da kriegt man von denen wieder ein qr-code der bestätigt dass man diesen ganzen spaß ausgefüllt hat gut also bewaffnet mit diesem ganzen in der wallet rennt man dann zum flughafen und denkt sich geil jetzt kann ich hier mein gepäck abgeben weil ich habe schon alles gemacht und dann ab durch die safety gewinnsel kontrolle wo man mal wieder so nach früher wurde man links noch so richtig abgetastet heute ist es ja bloß noch dieses hände hoch gedönster er von wegen die es gibt die gepäck abgabe wobei ich ehrlich gesagt da bin ich auch schon mal dran gescheitert weil dieses diese diese aufkleber also da kommt dann so ein aufkleber für den koffer was ist so dieses und wenn du das zum ersten mal machst also probelt wie ja genau also das was die nette dame hinter dem schalter ja so aus dem ff macht da bin ich das erste man dran gescheitert zum glück war ich nicht der einzige weil da stand dann schon bei der automatischen gepäckabgabe mit genetz zwei jahren die vergangenheit da stand jemand der erklärt hat wie die versteht den gedanken wenn die automatische gepäckabgabe so gut funktioniert dass jemand daneben stehen muss der sie erklärt you had one job also wie auch immer gab es nicht begeistert haben wir uns an denn die schlange gestellt vor dem schalter weil man denkt sich dann auch immer ich habe ich arbeit abgenommen ihr müsst keine sitzplätze für mich mehr verteilen und was weiß ich und jetzt stehe ich in der schlange wo alle die darin stehen die jetzt kennt er diese diskussion tante frieda will nur am fenster ich will aber in der gleichen reihe wie tante frieda sitzen und auf keinen fall da und blub und bla und ja dauert ja teilweise stunden ging relativ schnell in dem fall ich finde es auch mal lustig weil man kommt da also bewaffnet mit seiner wallet da das bewaffnet auch mal e-ball flügen nicht verwenden also wie auch immer man erscheint dann da und so hat das schon so dies man will das schon richtig zücken also hier ja mein board ticket ist schon fertig was fragt die nette dame personal ausweist und ich mache die klack hat mein ticket druck nebenher noch aus und fragt dann noch spanisch travel dings bums ist so mein zeichen ihr wollt sie guckt auf den coa sieht das bid muster und die sind so gut ausgebildet die können das bid muster ohne elektronische hilfe dekodieren sie schaut an mit dem stechenden laser scanner blick von super flughafen betreuer tante und sagt danke gibt mir ausgedruckt die bordkarte die ich im handy natürlich schon hatte und sagt schönen flug ich danke ich wollte mir gleichfalls sagen ja gut also es ist wahnsinn wie gut die ausgebildet sind dass die ein brille also dieser blick auf den coa oder und dann denkt man sich ha ha jetzt kommt wahrscheinlich der safety jack war es wird das wird jetzt hart weil jetzt werden die jetzt müssen wahrscheinlich wechseln man muss ich ja da bei diesen schranken da muss man sich ja mit der bordkarte geht dann die schranke auf und wahrscheinlich steht gleich dann dahinter jemand mit seiner hazmat suite wie hast du also diese diese vollschutz anzüge und wieso aus der monster ag die dann das überprüfen so zeigt mir impfpass so in der richtung und dann wahrscheinlich ist dann auch gleich schon rechts in meiner fantasie so ein gang wo dann die leute sofort desintegriert werden die irgendwie oder die bloß husten also deswegen nicht husten schnell noch haben wir getränke man keine getränke gut alles alles bereit gut durch die schranke also mit dem zum glück ausgedruckten tickets schranke geht auf grün und stellen sie sich in die reihe so ok das war einfach dann kommt natürlich das übliche ihr kennt es wahrscheinlich wenn ihr auch immer mit ein bisschen mehr geräten unterwegs seid dieses laptop paletten nicht dass am anfang hat es mich noch ein bisschen irritiert jetzt ist das weil du siehst dich erst einmal halber raus also alle metallteile bla ich nehme mal drei container kleiner tipp für leute drei container ist immer gut tut ein ganzes gelung berein was du bei dir trägst jacke drauf dann hat man es das also das wort der zeugs handgepäck handgepäck war das wort und in die nächste dann gleich diskutiert er mit den leuten die dann das durchs band dann durchschieben schon so halb oder für das gespräch laptop extra tablet eigenes blablub also dann laptop und tablet ja ich habe laptop und tablet dabei klar nie mehr ohne und hat das dann schon richtig aufgereiht damit eben dieses eben dieses ballett der container durch diesen scanner wunderbar durchlaufen kann dann macht man hier diesen hände hoch und also einmal war ich echt überrascht einmal konnte dann gleich sagt also ich kriege schon immer schweißausbrüche bei diesem hier und das und dann hat er nämlich gesehen dass ich hier oben in der brusttasche noch ich weiß nicht was was irgendein ticket oder was drin hatte und er passt schon geh weiter diesmal war einfach bloß geh weiter geh weiter so wie du hast du mein dann was man sich ganz schnell wieder hier raus und dann fängt man natürlich an sich dann wieder aufzurüsten dann mit dem ganzen gelung was man so bei sich trägt wenn man es clever gemacht hat kann man das natürlich auch containerweise abarbeiten passt schon gut dann bist du endlich in diesem safety security im sicherheitsbereich und fängt natürlich in dem moment wieder an in sich rein zu krummeln es ist also dies war früher alles besser da kommt man sich was zu messen und was zum trinken mitnehmen jetzt musst du natürlich diese überhöhten gebühren wenn du da noch was zum trinken mitnehmen willst für den flug weil im flug ist ja nichts mehr inklusive weil der flug ist teurer aber das einzige was dabei ist wenn du es gewagt hast sitzplätze zu reservieren die du dir ja vorher in diesem online ding jetzt schon geholt hast dann darfst du dich was drauf zahlen und wenn du richtig viel drauf zahlt weil du ein mikrometer mehr beinfreiheit haben möchtest dann kriegst du natürlich auch noch ein gedrängt und ein brötchen unbelegt dazu aber also wie auch immer wenn man noch was zu trinken haben möchte dann kann man natürlich blöd sein und in irgendeines von diesen ich sag mal kaffees gehen eine flasche nehmen aber witzigerweise im automaten drei schritte daneben ist es euro billiger weil das ist nämlich andere flüssigkeiten als die die man vor der sicherheitsschranke kaufen könnte nämlich teurer ja so kann man mit sicherheit auch noch viel mehr geld verdienen wie auch immer natürlich immer das ganze mit blödem schnüffel im gesicht toll ja interessanterweise lief dann alles viel planvoller und viel harmloser als sonst ich war noch nie so schnell insgesamt bei diesem ganzen ding in einem flugzeug gesessen und schon wieder kurz vorm einschlafen kurz nach dem start neige ich dazu einzuschlafen und dann ich hasse es dieses timing dieses timing der piloten die die nageln das aber auch wirklich auf den punkt in dem moment wo bei mir so langsam die augen zu und wo ich so kurz vor der tiefschlafphase bin kommt ladies and gentlemen this is the pilot speaking i have nothing to say but i want to introduce myself at my co-pilot mr bla i'm mr blub and i want to say you on the left side you see nothing and on the right side you see nothing and we will serve you no meal at all außer er hat was vorbestellt und then we have duty free but i don't i tell you this right now because i want to wake up again und so weiter und so weiter und dann nänge fuck off nächster moment in die tiefschlafphase fallen zu können kurz vor dem eintag und tiefschlafphase weil man ja dieses eine brötchen da leider bekommen wird wird man dann wieder aufgeweckt nicht weil es einem das brötchen ins gesicht schmeißen darf fehlt auch nimmer viel an sondern nicht der schule ja ja sie haben hier welches getränkt wird ja ja gut geht her dass ich zahlt es wird geser und trunker sagt das schwabe immer ja dann stoppte das rein dann hast du natürlich auch diesen müll um dich herum stehen das ist einmal der nächste spaß hier hast du den müll dastehen und ich bei übrigens wenn man die notausgang sitze hat dann hat man nicht dieses dieses diese blöde tablette an dieses tablette und dann willst du füße ausstrecken weil man hat ja die beinfreiheit dazu gekauft aber dann ist das blöde tablette mit dem müll da und der müll durchgang der netten stuartes sinnen der ist etwas später weil er kommt drauf da haben sie wieder eine chance dich aufzuwecken und zwar das machen sie glaube ich er mich richtig erinnere relativ vor der landung weil zwischendurch kommt er noch duty free wir helfen special offer for you please have your money richtig gezählt oder credit card ich frage mich immer wie dieses online verbindung haben sie da zwar nicht na gut ich komme vom thema ab passt schon irgendwann hat man es dann überstanden und dann geht es auch schon im starken nein nicht nicht im starken sinkfurt jedenfalls hat dann noch weil man könnte sich entspannt haben kam dann noch unerwartet die ansage ladies and gentlemen this is your co-pilot speaking was mixen jetzt wieder ja weil wir haben da noch so einen kleinen vulkan ausbruch gehabt deswegen müssen wir einen umweg fliegen wir sind dann irgendwie fünf minuten später nicht um ja passt schon hauptsache also staubwolken vulkan flugzeug keine gute idee deswegen wahrscheinlich dann macht es mal wartet vielleicht bis die weltraumputze durch ist und noch die landebahn ein bisschen freigekehrt hat bastio gute idee irgendwann sonst dann auch wirklich landet und dann habe ich natürlich wieder die nächsten anfall gekriegt komischerweise haben sie es diesmal es ist ja sonst immer das was passiert ist jeder weiß was passiert das flugzeug bleibt stehen je älter desto schneller aufstehen in den gang in die mitte sich stellen den kopf leicht schräg am besten weil je nach größe und decke und dann warten bis man aussteigen darf weil die die als erste aufstehen kriegen natürlich als erst der gepäck könnte bedenken ist aber nicht so und genau das passiert dann und deswegen kann man da relativ relaxed sitzen bleiben was sie leider inzwischen jetzt in diesem tfs ich nenne ihn ganz weil ich ihn schon persönlichkeit im tfs jetzt total verkackt haben wenn man von stürger str kommt dann ist die autovermietung schalter der ist nicht mehr in richtung von diesem bereich wurde die koffer holst sondern in der anderen richtung was dann dazu führt dass du eine halbe stunde auf den kopf erwartet dann mit einem koffer rennt zur autovermietung und dann merkst das ist die schlange von den beliebtesten autovermieter und den hast du dir genommen du vollidiot ja und dann ergab es sich dass es ist ja alles so schön mit pfeilen am boden das auf keinen fall wegen der solche leute sich so entgegenkommen und ab keep your distance please remember keep your distance safety blablab social distancing blablab dieses social distancing endet in dem moment wo du in der schlange zur autovermietung stehst da stand nämlich ich übertreibe minimal einer hier von mir und ich versuchte ihm ja auch immer so ein bisschen ich versuchte nach rechts nach links nach vorne keine chance weil dieser jemand der hat nämlich diese c regeln corona regeln genommen die hat er weiter ich kann sie hier diese spanische varianze nicht in deutschland ist es ja so zeug in der fresse anderthalb meter abstand am besten auch fresse halten ist nie schlecht fresse halten ist sowieso immer gut der hat aber die neuen regeln schon gekannt die hießen nämlich beim telefonieren maske abnehmen weil niemand kann telefonieren maske auf logisch und das am besten rechts hinter meinem ohr wenn es wenigstens deutsch gewesen wäre oder englisch dass ich das noch als unterhaltung benutzen hätte können nein er hat aber auf spanisch dann in sein telefon geschrien neben meinem ohr und ich entkam ihm nicht ich habe mir so versucht der schlange wenn es ein schritt nach vorn ging so nach links oder rechts auszuweichen ich weiß nicht der ist irgendwie mein ohr klingt gut ich habe gedacht sterben müssen wir alle wird schon irgendwie passen ungefähr eine gefühlte stunde später war ich dann natürlich dran mit meinem allen schon vorbereitet auch da habe ich natürlich den web check in gemacht mit wo man schon sein per so klar und führer alles hinterlegen kann hat mir brutal viel gedacht gebracht ich denke mal ich bin hier der einzige depp wahrscheinlich in dieser schlange so lang wie die anderen forme gebraucht haben der hier schon alles vorbereitet hat warum ich steppe ich steppe warum habe ich das getan vor man sieht dann noch das typische problem der falschen schlange dass da irgendwelche mädels diskutieren und dann sich an rand hinstellen dann geht es wieder weiter und geht weiter und irgendwann gehen die mädels wieder zurück und wird da fallen ja schon die letzten haare aus dagegen die zurück zum schalter und es geht ihre diskussion raus und dann irgendwie das ist crazy hat dann die eine wut schnauben sind sie dann ab aber das ist crazy blablub und ist dann kommt bitte nicht zurück es ist mir egal was für ein problem ihr habt ja da würde man sich wie du dieses wird das programmierte warten wünschen was dhl und so weitermacht und das funktioniert so dass es nur eine schlange gibt und die sich dann weil es gab 223 schalter dass die sich dann verteilen weil dann hast du das problem nicht dass du in der falschen schlange stehst in der falschen schlange stehen sachs würde der engländer sagen gut amüsiert hat mich dann noch weil ich möchte jetzt den autovermieter so muss ich ja werbe sendung das machen nicht nennen aber in dieser konstellation nimmt man immer vollkasko und wenn man das schon eine weile macht weiß man das vollkasko hier auf dieser insel bedeutet nicht dass du den schaden nachher meldest sondern der vielleicht gibt sondern der heißt einfach dass dein auto marken hat und es allen scheiß egal ist wie viel mit wie vielen marken du zurückkommst hauptsache es sind alle anbauteile noch dran und unterboden unterboden der unterboden muss unten noch drunter hängen weil sie verkaufen der noch extra eine unterbodenversicherung unterversicherung gegen aufgefahrene reifen und gegen leere batterie ein die nimmst du nicht die willst du nicht nehmen das einzige wo man aufpassen muss ist wie voll ist der tank merkt man auch beim losfahren weil das ist nämlich die einzige art und weise hat das gefühl wie sie geld verdienen und der tank ist nie voll voller tank gibt es nicht am flughafen weil es ist ja kontraproduktiv wieso ist das kontraproduktiv ja ganz einfach weil den vollen dann kannst du leicht herstellen sie iterieren immer in dem fall war drei viertel voll es ist echt verdammt schwierig beim auto je nachdem wie lange es fährt den tank drei viertel voll abzuliefern das ist schon ja wer rechnen kann ist klar im vorteil weil du tankinhalt kilometer pro blabla du musst aber ja auch von deinem hotel zum flughafen fahren wenn du in tfn also nord wohnst und zum flughafen tf süd muss musst du die kilometer einberechnen kommt drauf und die tankanzeige muss natürlich genau passen alles was du über ab liefers am benzin das ist der ihr trinkgeld nachher und ich habe es also immer bis jetzt geschafft also bis jetzt war meine mathematik immer so sauber diesmal also dass es gepasst hat exakt diesmal war es echt knapp weil man kann er so hat das war so elektronische anzeigen diesmal und jetzt erreicht und ich habe ausgehen dass ein pumperl so 40 kilometer ist und wir mussten 35 fahren noch also als zwischen dem verschwinden des ein pumperl zu viel auf dem pumperl das genau passt und ich habe das auto tatsächlich abgeliefert mit genau pumperl passt ja das ist so mein persönlicher sport im urlaub ich kam vom thema ab ist aber wurscht wo haben wir solche ja ist lustig wenn man dann so im alltag da denkt man sich ja auch die sind sich auch total streng wenn du schon dieses spanische safety plums blabla erst ausfüllen müssen in dem dann auch drin steht dass wenn es dich ein bisschen im hals kratzt bleibt stehen ruf sofort diese solchen hotline und dann wird irgendwas passieren niemand wird wahrscheinlich diese nummer anrufen aber egal in restaurants wieder und her das einzige was mit schnüffel im gesicht zum platz hinsetzen und ab dann ist alles wurscht manche sind auch entspannter als andere aber egal ansonsten angenehm war es finde ich jetzt dass es etwas leerer war als sonst hat auch das gefühl gehabt die leute waren etwas freundlicher habe ich in deutschland auch das gefühl dass etwas freundlicher sind so nach dem motto gastronomie ist nicht selbstverständlich dass hier jemand auch wirklich erscheint schön ansonsten schöner urlaub habe ich gesagt rückflug war noch unkritischer als der hinflug ich war noch nie in meinem leben als erster an bord eines flugzeugs weil sie haben uns ein bisschen getratzt erkennt er dass dass man denkt wo ich bin der erste der hier durch das geld geht jetzt bin ich hatte erst im flugzeug und dann sagen wir stecken dich in einem bus im bus ist übrigens so dass abstandsregeln nicht gelten vorher schon im bus nicht mehr im bus klingt jetzt falsch weil busse stopft man voll in diesem fall waren es nicht mehr ganz so folgstoff wie sonst aber anscheinend gilt in flugzeugen bussen gelten abstandsregeln nicht grundsätzlich muss der virus irgendwie wissen dass er sich da nicht daran halten muss und dann fährst du da mit dem bus vor das flugzeug und dann war ich wirklich einmal der erste an bord eines flugzeugs und habe mit einem legeren hallo alle dann überzeugt dass ich hier richtig bin ansonsten gab es da glaube ich keine besondere vorkommnisse soweit ich mich erinnern kann rückflug war langweilig und irgendwo nachts um 0 uhr bla 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 in sturgat wieder an das übliche gedöns das ist mein koffer das ist nicht mein post koffer weil ich bin so clever dass ich dem koffer mit dieser farbe noch einen silbernen streifen verpasst aber natürlich war dann mein koffer gefühlt der vorletzte koffer das ist das koffer phänomen kann man nichts machen da gab es man früher eine folge eine serie kofferhoffer mit karl dahl muss irgendwie inspiriert gewesen sein von diesen erlebnissen ja gibt es sonst noch was zu erzählen also diese spanische dingsbombs wollte nachher keine mehr sind ach so beim rückflug genau vor also an dem flughafen rückflug da wollte auch keiner irgendwas sehen bis auf das phänomen doch stimmt gar nicht an dem schalter wo man sonst stundenlang wartet hat man diesmal bloß so eine halbe stunde lang gewartet und das einzige was die lady dann sehen wollte war german haker german blauer haken damit war alles gut selbst dieses heftige binsel ich habe solche erzählt mit dem selbst die ballett durch das gebündel darum war total harmlos witzig war dann bloß dass die nehmen der nur so rahmen wo man durchgehen muss das ist dieser matrix rahmen nenne ich in der maria bis da wo nähe und so weiter mit ist mit seinen ganzen waffen dadurch macht auch bei denen bin ich völlig also ich bin völlig also ich verstehe es auch nicht war das war so völlig problemlos also ich habe ich wollte schon eigentlich zurückgehen bei diesem ganzen selbst in der sonstigen seite euch sicher dass das alles hier safe ist weil in einem von beiden werde ich immer mindestens einmal kurz aufgehalten und wenn es bloß diese leibes visitation wieso heißt es leibes visitation wie es wie sie tage ist doch besuchen also ich möchte eigentlich nicht dass jemand mich von dänemark besucht aber ja gut scheiß was darauf hat alles gepasst zwischen also zwischendurch hatten wir noch ein bisschen vulkan und es war auch interessant weil an vier tage vom abflug da hat der vulkaner bisher mehr gespielt als sonst und dann haben sie den tfs zug macht und das ist mein einziger albtraum also nicht dass den flughafen zu machen das ist okay aber das ist am vorne sagen weil koordination ist nicht unbedingt alle leute stärke und wenn du da am flughafen also ich stelle mir vor dass gerade den mietwagen schlüssel fallen gelassen und dem ein sagen sie no flight for you today das habe ich jetzt an sein feld no flu no sub for you no flight for you und dann stehst du da ohne die tagen ohne hotel am flughafen und darfst dann irgendwie die nächsten drei tage bis sie bis die welt ran putze eben den runway dann wieder sauber gemacht da darfst du verbringer ist nicht passiert zum glück vom tag am tag vor und dafür noch mal laut gemacht so richtig hektisch so geht der flug geht der flug geht der flug passt ja man geht natürlich davon aus dass er eine e mail schicken wenn der flug nicht zustande kommt soll aber bei dem einen tag wo es passiert ist nicht funktioniert haben bösartige gerüchte ja das war es eigentlich schon gut und jetzt bin ich auf eure kommentare gespannt ich weiß schon welche art von kommentare als ich am amüsantesten finde dass der eine wird in richtung gehen du hast du das gift spritzen lassen der andere ist die welt wird untergehen weil du ihn in urlaub geflogen bist und der dritte ja passt ja eigentlich ja gut also ich würde mal sagen dabei belastet ihr könnt auch gerne den kanal die abonnieren wenn euch das video nicht gefallen hat alle anderen so nein das ist lächerlich also dieses also findet es einmal so lächerlich wenn euch videos für zu doof halten kanäle zu als selbsthaftes abonnieren zu kommen und damit man immer sagen abonniert doch den kanal für wie blöd halten manche leute also dass jemand nicht auf die idee kommt dass ein kanal abonnieren könnte das mit dem daumen nach oben vergessen manche aber ich kann euch ja dass meine erfahrung sagen man statistisch auswertet es ist verdammt quasi egal ob man das im video sagt oder nicht ist die quote ist ein relativ festes zahlenverhältnis von views zu daumen zu kommentaren irgendwie also ich habe glaube ich 44.000 abonnenten so rund um dann auf einem guten video dem hauptkanal 10.000 views und dann immer 10 10 also maximal 1000 likes und so 100 kommentare so in der größenordnung verhält sich das dann ob er was sagt oder nicht ist relativ kurz egal das war ein längeres laber video passt heute hat euch hoffentlich lang genug unterhalten weil sonst würde das jetzt nicht mehr bis zum nächsten mal servus